Ich bin die Ibe, die Doh! Ach, was ist mit der Bauer? Ja, ja, das ist... Ich war ja nur ein Pro-Winner auf. Pro-Winner auf! Hör auf mit dem Pro-Winner! Nehmen wir es an, bevor ich singe, bitte! Mach doch zu dein Klipsen! Mach doch zu dein Klipsen! Ich kann das nicht mal gesehen! Ich hab's gar nicht um mit der... 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 Wie war's früher? Ich hab' ich drüber mit's erzähl'n... Was ist der Unterschied zwischen einem Türken und einem Vorarlberger? Es gibt keinen! Es gibt keinen, es gibt auch schon! Der Vorarlberger ist besser gekleidet und der Türke spricht besser Deutsch! Untertitelung des ZDF, 2020